So, ja das passt doch perfekt mit dem Ding, oder? Hahaha, besser geht's nicht. Oh, was? Was geht denn, Leute? Willkommen zu einer erneuten Runde Far Cry 3. Ich bin wieder euer Crazy Memphis. Ja. Ja, wir haben im letzten Part so nochmal eine Hauptmission gestartet gehabt. Wir haben Daisy gefunden und Dr. Ernie. Den Ernie haben wir ein bisschen zugetextet. Der hat uns so ein bisschen Drogen verabreicht, beziehungsweise wir sind in eine Höhle gekommen, wo es so merkwürdige Pilze gab, die auf einmal so ein bisschen, ich sag mal, gepupst haben. Und ja, durch die Dämpfe sind wir ein bisschen high geworden, high in the sky. Und ja, jetzt sollen wir eigentlich noch die anderen retten und hierher bringen, aber wir werden das noch lange nicht tun. Wir haben nämlich noch genug anderen Schüsselerwengen vorher zu tun, bevor es in der Hauptmission weitergeht. Und ja, ich habe mir noch eigentlich gar keinen Plan gemacht, was ich eigentlich mal machen sollte. Wie sieht das denn aus? Was brauche ich überhaupt? Das ist dann auch die Frage. Brauche ich jetzt... Ich habe jetzt erstmal zwei Waffenslots. Zwei Waffen habe ich am Start. Eine mit Schalli, eine Standard. Jetzt sollte ich natürlich gucken, ob ich eventuell dann doch nochmal Richtung dritten gehe. Also Richtung dritten Waffenslot. Da ich mir dann gerne noch den Bogen holen würde. Das wäre eigentlich ganz cool. Ich würde sagen, wir machen erstmal den Funkturm und dann schauen wir uns mal die Gegend an. Da war dann auch noch so ein Außenposten in der Nähe. Den können wir uns dann eventuell auch nochmal vornehmen. So, here we go. Und... Jeha! Geil. Ja, wenn wir Glück haben, kommen wir sogar bis dorthin. Schauen wir mal. Ich werde jetzt den Sticken am besten nicht berühren. Dann stürzen wir auf jeden Fall nicht so schnell ab. Und da es ja eh nur geradeaus ist, passt es perfekt. Jawohl. Ein wenig Musik, meine lieben Freunde. Here we go. Oh, ich sehe ihn schon blinken. Blinken? Ich glaube, wir müssen mal hier ausweichen. Weil... Gegen den Berg wollte ich nicht prallen eigentlich. Das wäre jetzt unschön. Nein, ich will jetzt nicht zu Medusa. Keine Lust auf Medusa. So. Ja, das passt doch perfekt mit dem Ding, oder? Hahaha. Besser geht's nicht. Oh, was? Ich hab doch... Oh mein Gott. Da bin ich aber mal ordentlich abgestürzt. Hu, hu, hu. Wow. Wow. Okay. Normalerweise steht dort dann immer, sobald man in der Nähe des Bodens ist, äh... Ich glaube, X drücken für absteigen, oder nicht? Hab ich doch gemacht, hab ich doch. Aber gut, vielleicht war ich noch zu schnell unterwegs, ey. Hahaha. Ich kam auch mit dem Affenzahn angesauzt hier. Sehr gut, sehr gut. Äh... Und jump. Nicht zu weit. Und jump. Sehr gut. Äh... Klettern. Schön, dass es da stand. Ich hab nämlich jetzt gerade nicht nach oben geschaut. Es stand nur Klettern da. Das ist immer am praktischsten. Hahaha. Hoch mit dir da. Ah, haben wir's ja schon geschafft. Sehr gut. Nice. Not, not nice. Okay. Dann haben wir noch ein Kistchen. Sehr gut. Und da haben wir den Schalde. Mal auf die Scheiße. Nice. Okay, und ich denke mal, wir werden uns den, 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 äh, Außenposten vornehmen. Es kommt drauf an. Ich weiß gar nicht, ist das schon so ein Großer gewesen? Nee, ne? Just look it. Oh, sehr gut. Der hier. Oh, der ist sogar auf so einer kleinen Insel. Äh, 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 okay. Also der da, ach du, meine Güte. Hm. Oh, jetzt gratis im Shop. Der Bogen. Sehr gut. Oh, und die Sniper. Ho, 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 ho. Geil. Dann wird's definitiv Zeit, jetzt, äh, oh, 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 hello. So, noch mehr Waffenslots zu machen, wollte ich noch hinzufügen. Bitte, danke. Äh. Wenn du dir die Todesart auswählen könntest, was? Die Todesart, die ihr auswählen könnt, ist diese. Ha, 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 wir löschen. Sehr gut. Sehr gut. Hey. Ah, ist meine Beute-Dings voll? Oh, my God. Shit. Okay. Hm. Das ist natürlich schlecht. Aber es ist gut, dass wir uns dann quasi jetzt den, den, ähm, Außenposten vornehmen. Weil. Oh, da ist ein Hai. Hi, da sind zwei Haie. Dann können wir da nämlich dann nochmal so ein paar Sachen aus der Beutekiste verkaufen. Also, wenn wir dann im Außenposten sind. Äh, ich schlage vor, wir... Oh, da fährt auch ein Bötchen. Oh, my God. Das ist scheiße. Ich hab keinen Bock, dass die Alarm schlagen. Lauf, Buddy, lauf. Ducken. Alright, here we go. Ist jetzt die Frage, gehört das hier damit zu? Aber ich glaube nicht, ne? Okay, wir haben zwei Granaten. 30 Dings. Äh, Schüsken. Achso, ja. Hahaha. Ich kann ja nicht mehr. Ist ja voll. Hm. Hey, Buddies. Wo, 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 wo. Wo, wo, wo. Okay. Shit, shit, shit. Jetzt muss ich nochmal, weil... Wo ist der Alarm? Mach die Augen auf. Äh, wo ist der Alarm? Wo ist er? Haha. Ich seh nur die Fahne hier. Hat das Ding hier keinen Alarm? What the fuck? No way. Oh, hello. Schön, dass du dich zeigst. Das ist immer gut. Ey, du kommst mir ein bisschen zu nah, du. Spinnst doch. Alter, noch ein Boot? Holy moly. Hm. Du stinkst doch so. Ich muss am besten ihn zuerst. Nice. Okay. Das Problem ist, die dürfen mich nicht entdecken, weil dann schlägt der Alarm, ne? Oder machen die das schon vorher? I don't know. Ja, spiel nur mit mir. Solange du noch kannst. Ah. Oh, oh. Got it. Got it. Woo! Hahaha. Wie sieht das aus? Aber ich seh immer noch keinen Alarm. Echt nicht. Also, ha. Sehr merkwürdig. Hey, Buddies. Was geht ab? Ne, der Ding hier hat echt keinen... Alarm. Ja, egal. Was juckt uns das? Wir haben's geschafft. Haha. Ja. Ähm. Ich seh auch, wir haben einen neuen Fähigkeitenpunkt. Das ist auch sehr schön. Aber wir werden jetzt erst mal kurz dieses machen. Wir wollen dann erst mal verkaufen. Und zwar alles, was wir nicht brauchen. Weg damit. Jawohl. Sehr gut. Äh. Oh. Uh. Gucken wir uns auch noch mal einen gönnen. Zack, zack. Really nice. Äh. Wie, der Beutelrucksack ist doch gar nicht mehr voll. What the fuck? Was laberst du denn? Hä? Ich bin confused. Ich hab doch noch Platz jetzt. Zwölf Dinger. Zwölf Einheiten. Wie auch immer. Ähm. Nenem, nennen, nennen, nennen. Ja. Jetzt wollte ich noch mal gucken. Was brauchen wir für, ähm, noch mehr erweiterten Waffengurt? Hirschfell. Hirschfell, meine lieben Freunde. Hm. Hm, 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 hm. Hirschfell. Okay. Wo haben wir denn hier Hirsche? Kann ich das auch mit dieser Mission machen? Ha. So, mal ein bisschen ran. Genau. So, wo haben wir denn die Missviechers? Ich weiß, sie am Anfang waren. Hier, hier oben sind die. Oh my God. Da muss ich aber weit reisen. Aber wie, beziehungsweise, wir können ja uns hier hin. Und dann... Bing. Alrighty. Äh, kann ich noch mal? Mo... Gut. Okay, ja, dann gucken wir mal, ob wir hier ein paar Hirsche, äh, zu Gesicht bekommen. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice, wenn wir uns da auf jeden Fall gleich schon ein paar angeln könnten. Das sind 600 Meter. Äh, ich fahr nochmal Auto. Ich fahr Auto. Hey, hey. Ha. Ja, ich. Haha. Brumm, brumm und so. Haha, guck. Das ist... Ja, there we go. Äh, ja. Wo fahren wir lang? Links, rechts, geradeaus? Wir halten uns mal links, komm. Wobei, war das eine gute Idee? I don't think so. Doch, war. Ja, okay. Here we go. Die Karre geht ja richtig ab hier. Junge, Junge. Fetzt ja richtig. Also, die lässt sich bis jetzt besser fahren, als diese komischen Jeeps, die ich hatte. Bis jetzt. Hier, der ist ja richtig gut in der Kurve, doch. Liegt wie ein Brett auf der Straße. Uah. Yeah. Uh. Haha. Ups. Sorry. Ich pflanze die irgendwann neu. Äh, oh. Ich bin falsch abgebogen, glaube ich, ne? Oh. Okay, danke. Hm. Lahme Kiste. Äh. Ja. Wir nehmen dafür natürlich auch die AK. Weil nicht, dass wir dann die Arschkarte mit der anderen Waffe haben. Gott, immer diese billigen Wortspiele, ne? Ja, ich weiß, Leute. Es tut mir leid. Ah. Äh, was Besseres fällt mir momentan nicht ein. Hahaha. Oh, hello. Also, das ist nur ein Jeep. Okay. So. Uh. Reichen die schon, die kleinen Viecher hier? Alter, hier ist ja, hier ist ja. Holy shit. Hier habe ich ja mal richtig ins Töpfchen gefasst, wa? Ja, richtig gut. Hey, Buddies. Hey, Buddies. Yeah. Zwei haben wir schon mal. Sehr gut. Und, ähm, ich muss mir definitiv den Bogen holen, weil ich weiß ja, dass es mit dem Bogen, es gibt ja einen Skill irgendwie in dem Skillbaum, dass man dann halt doppelte Beute kriegt, ne? Und, äh, das wäre natürlich, äh, vom Allerfeinsten. So. Ach, schon wieder falsche Taste. Gladdammit. Wir wollten noch mal einen Waffengurt. Jawoll. Was brauchen wir da? Haihaut. Oh my God. Haihaut. Okay. Können uns hier nochmal ein paar Spritzen gönnen. So. Jagdspritzen. Verbessere deine, ja, äh, deine Jagdver... Ja, komm her, dann bauen wir die jetzt auch, ne? Bauen wir die. Stellen wir die auch nochmal her. Wie? Äh, der... Äh, was? Benötigt... Achso, weil ich hier... Ach, weil mein Spritzengurt voll ist, ne? Okay, leuchtet ein. Ja, ja, okay, okay. Okay. Hm. Hundefell. Ja, das habe ich doch eben gerade für irgendwas anderes verballert, ne? Ehh, das ist so schlau. Hahaha. Alrighty. Aber wir können jetzt, äh, eine dritte Waffe tragen. Das ist sehr, sehr gut. Also, dieser Spot für Hirsche ist schon mal sehr nice gewesen. Also, da habe ich sofort ins Lostöpfchen gepackt und, äh, mit Glück gewonnen, würde ich sagen. So sieht das aus. Ähm, ja. Was machen wir als nächstes? Wollen wir mal, äh, so, 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 so eine Nebenaufgabe nochmal machen? Ich denke schon, wa? Komm, die hängen wir uns noch dran. Und ich würde sagen, wir sehen uns in dem Camp wieder. Here we go. Schwab, schubidu. Bing. Und weiter geht's. Jawohl. Äh, ja. Wir wollen jetzt mal, ich möchte mal hier so ein, so ein, so ein, so ein, oh Gott. Wie heißen die Dinger? Fahrt des Raubtiers oder that? I don't know. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, ja. Also, wenn's so wie Far Cry 3 Blood Dragon ist, dann ist Fahrt des Raubtiers. Okay, here we go. Fahrt des Jägers. Whatever. Bären haben einen Farmer zerfleischt. Erlege sie mit der am Zielort gestellten Schrotflinte. Okay. Okay. Einen Bären? Da hab ich mir ja gleich mal was Gutes ausgesucht, oder? Let's do it. Ach, fuck. Ich hätt mir ja gleich den Bogen noch holen können. Egal. Brauchen wir jetzt hier eh nicht. Äh, ja. Momentchen mal. Es geht da rum. Hier rum. Da rum. Alright, here we go. Ab durch die Pfütze. Ah, yeah. Woo. Und raus aus der Karre. Yeah. Like a boss. So, hier kriegen wir noch eine schicke Schrotflinte, oder we? Ich weiß gar nicht. Kann man die dann danach behalten, eigentlich? Hab ich so weit auch vergessen. Weil sonst hab ich, äh, schon quasi alle Waffen immer voll gehabt. Aber jetzt hab ich ja noch einen Slot frei, quasi. Weil ich sag mal so, ich, äh, spiele jetzt ganz anders, als ich's damals gespielt habe. Ähm. Weil man ist ja ein bisschen schlauer geworden, sag ich mal. Aber nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Und, ja. Äh. Hier ist noch Money. Right. Kann ich nicht einfach... Oh, Mann. Nee, er wirft echt. Nee, hat er nicht. Ja, cool. Wieso nicht mal durchgeladen? What the fuck is that? Gib mir Moon. Aber ratzfatz. Wie, mehr geht nicht? Oh, my God. Okay. Hahaha. Let's do it. Hallo, Berry, Berry. Wo bist du? Komm auch du. Greif zu. Oh, oh. Und jetzt sind nur Blätter. Ach, ich muss in die Höhle rein. Oh, my God. Okay. Oh, ich muss auch zwei töten, seh ich gerade. Recht herzlichen Dank. Oh, hello. Hello. Ich weiß, dass man auf jeden Fall Headys machen sollte. Hey, buddy. Motherfucker. Äh. Äh. Hahaha. Woo. Okay. Oh, ich hab Bärenfell. Geil. Beziehungsweise Bärenfleisch, Bären... Was kriegen wir denn? Bären... Bärenfell. Okay, nice. Awesome. Awesome, awesome. Ich weiß zwar noch nicht, wofür wir das brauchen, aber... Das werden wir noch rausfinden. Nicht wahr? Hallo, Bärenfell. Wo bist du? Oh, my God. Äh. Da ist er. Du kannst dich nicht verstecken, mein Freund. Oh. Oh. Hahaha. Easy. Also mit der Schrot ist das echt easy. Geht ja mal richtig locker. Locker und floggig von der... Vom Controller hier. Hä? Wer schreit denn hier noch? Achso, hier sind wieder welche. Ja, okay. Dass man die so krass hört, ne? Oder? Ich mein, äh... Hallo? Hahaha. Alright, cool. Und wie ich sehe... Ich hab die Schrotflinte. Ich kann sie behalten. Hahaha. Woo. Nice. Hey, Buddy. Was hast du noch alles dabei? Ne Perlenkette. Aha. Cool. Easy. Ich guck nochmal auf... Timer. Ja. Okay. Ja, meine lieben Freunde. Ja. Hahaha. Es wird dann auch wieder Zeit, ähm... Ja, für einen kleinen Break. Ja, ich hoffe, der Part hat euch ein wenig gefallen. Ich guck mich erstmal um. Nicht, dass ich angegriffen werde. Äh... Alright, ja. Hoffe, der Part hat euch wieder ein wenig gefallen. Wenn ja, dürft ihr gerne nochmal ein bisschen Craziness in Form von einem Daumen und Kommentar. Da lassen wir auf jeden Fall sehr, sehr nice von euch. Und schön, dass ihr am Start gewesen seid. Ihr seid wie immer die Besten. Ich danke euch dafür. Wenn ihr Bock habt, hören wir uns dann zur nächsten Runde Far Cry 3. So sieht es aus. Ähm... Ich würde nur noch sagen... Stay crazy. Und ja, so sieht es aus. Ich bin wieder raus. Peace! Bis zum nächsten Mal.